Moin und herzlich willkommen zu Dabonias Testville. Ich habe euch heute noch mal was von World of Sweets mitgebracht, allerdings diesmal die Herzhaftbox. Hintergrund ist so ein bisschen na, World of Sweets ganz klar, Süßigkeiten aller jeglicher Art. Mein Mann hat sich ein bisschen beschwert, so ich bestelle mal Süßigkeitenboxen, da ist dann so viel Schokolade drin und Weingummi und Kekse und er meinte halt so, gibt es da nicht mal was, wo immer nur Chips und sowas drin ist. Ja, gibt es. Zumindest bei World of Sweets gibt es bestimmt noch so den einen oder anderen Anbieter, vielleicht finde ich da auch noch mal einen. World of Sweets wirbt jetzt damit, dass in dieser Herzhaftbox dann auch was für den herzhaften Geschmack drin ist, das heißt Chips, pikante Knabbereien, auch so vielleicht so getrocknete Fleischsnacks und ähnliches. Kostenpunkt allerdings 30 Euro. Wir gucken mal, was da jetzt drin ist, ob sich das lohnt. World of Sweets wirbt ja auch nicht damit, dass man dadurch eine große Ersparnis hat oder so, es ist halt einfach nur eine gemixte Box. Und zumindest bei den letzten Mixboxen, die ich hatte, kam zumindest der Wert immer hin. Es war jetzt also nicht so, dass ich mehr bezahlt habe bei World of Sweets nur, weil die es zusammengestellt haben. So, wir schauen jetzt mal, was ich denn hier so erwarte. Ob mein Mann dann zufrieden sein wird oder nicht. Vielleicht ist ja auch für uns was dabei. Also so für mich und die Kinder. Wir schauen mal. So sieht es hier aus. Auf jeden Fall reichlich Chips sieht man von vornherein. Es wird also heute wieder ein bisschen knistern im Video. Ich werde versuchen, das ein bisschen zu reduzieren und relativ vorsichtig zu sein. Wir haben Kettle Chips, Honey BBQ und von real food nach nein, von Handcooked Potato Chips. Kenn ich gar nicht. Also weder diese Chips an sich noch die Marke. Also was Herzhaftes und auch noch was Neues. Das finde ich gut. Wir haben von Lay's eine kleine Tüte Paprika-Chips. Gut, ich meine, die kennt man. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass es jetzt unbedingt was Neues sein muss. Die sind auf jeden Fall schon mal lecker. Die werden hier auch gegessen. Wir haben als nächstes Krabbenchips. Oh, schade. Hot and spicy. Ich wollte gerade sagen, also Krabbenchips mag ich sehr gern. Allerdings so hot and spicy. Das ist dann wiederum so nicht ganz so meins. Je nachdem, wie scharf es ist. Wenn das so ein bisschen pikant ist, mag ich es auch. Aber naja, wir schauen mal. Als nächstes von Kim's Bacon Snack. Kenne ich auch nicht. Also Bacon Snacks schon. So diese Chips an sich. Bacon Style oder so. Aber die Marke Kim's allein kenne ich auch so gar nicht. Noch eine Tüte. Und zwar von Chiyo. Chiyo kenne ich. Chiyo Tacos. Auch Texas Barbecue Style. So kleine Ringe. Von Tuck. Bake Rolls mit Zwiebel. Auch Brotschips. Die kommen hier immer sehr gut an. Die gibt es ja auch in allen möglichen Variationen. Also von Tuck weiß ich jetzt nicht. Die kenne ich auch bis jetzt noch gar nicht von Tuck. Aber wir haben also so diese Brotschips an sich. Die kriegt man in allen möglichen Variationen. Und die sind eigentlich auch immer sehr lecker. Als nächstes habe ich jetzt einmal knistern. Von Xox Corn Snack Barbecue Style. Also auf jeden Fall ein bisschen barbecue-lastig bis jetzt. Eine Tüte. Die kenne ich auch überhaupt nicht. Ja, die stehen sogar. So, was haben wir denn hier? Bud Spencer Nacho & Dip. Hm, okay. Ich habe die Filme von Bud Spencer & Terence früher so geliebt. Ja, hier habe ich gerne geguckt. Auf jeden Fall, jetzt haben wir dann Nachos in einem schönen Bud Spencer-Becher und ein, ich denke mal, das ist ein Kiesedip. Ja, Cheese Dip. Das ist dann wiederum nicht ganz so meinst. Also Käsedip mag ich nicht so. Aber so von der Aufmachung her ganz nett. Eine kleine Packung Pringles, auch hot and spicy. Was haben wir denn hier? Cheese Pop. Popped Cheese. Cheddar. Auf jeden Fall Käse. Hm. Na ja gut, das wird mein Mann dann wohl probieren oder vielleicht meine Kinder. Mal gucken, wie das so ankommt. Kenne ich auch bis jetzt nicht. Tuck. Tuck kenne ich. Sweet Chili Flavor. Die kenne ich sogar auch schon. Muss ich sagen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesen Crackern mag ich persönlich am liebsten wirklich die ganz einfachen und dann vielleicht irgendwie mit Frischkäse oder so dabei. Aber die Sweet Chili sind auch gar nicht so schlecht. Davon eine Packung. Wir haben eine Tüte Elefant Gourmet Burger. Pretzel Pieces with Explosive Taste. Also so Brezelstückchen und dann Gourmet Burger Style. Ich weiß nicht. Das kenne ich auch gar nicht. Wir gucken mal, wie die so schmecken. Hm. Beefy Roll. Oh, hot. Hm. Ich habe mich gerade schon gefreut und wollte sagen, das ist was für mich. Also an sich die Beefy Roll mag ich persönlich sehr gerne. Aber bei hot bin ich dann wahrscheinlich wieder raus. Na ja. Man sagt ja auch, ich sollte die Box ja auch für ihn bestellen. Nicht für mich. Also von daher. Nick Necks. Eine kleine Tüte. Und zwar Double Crunch Peanuts. Auch Barbecue Flavor. Noch mal ein bisschen was von Beefy. Eine ganz normale, originale Beefy. Dann ja, das stand ja in der Beschreibung drin. Auch so fleischmäßig so ein bisschen. Beef Bar Original von Jack Links. Ein Fleisch Snack. Kenne ich gar nicht. Noch mal Beefy. Und zwar Karazza XXL. Ein Snack. Dann haben wir von Roland. Kenne ich auch nicht. Sticks. Das Original. Weniger als ein Prozent Fett. Okay. Also so. Art kleine Mini Salzstange. Würde ich jetzt mal sagen. Haben wir hier. Da haben wir noch kleine Salami Brezeln. Allerdings auch Jalapeño Style. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Das ist eher so Oktoberfest mäßig. Aber dann wieder scharf. So. Zu guter Letzt. Damit ist unser Kasten dann hier auch leer. Auch von Jack Links. Beef Jerky. Sweet and Hot. Nochmal so ein Fleisch Snack. So. Damit ist unsere Box leer. Also der Mix. Die Beschreibung. Ich finde die ist ganz gut getroffen. Mit Chips und ein bisschen fleischmäßig war es. Ja. Deftige Geschmacksrichtung. Das trifft es auch ganz gut. Also von der Beschreibung her auf jeden Fall passend. Sehr passend. 30 Euro ist natürlich jetzt so eine Sache. So. Ja. Aber wahrscheinlich werden so die Chips Typen nicht jetzt so viel kosten. Allerdings kann ich mir schon vorstellen. Gerade hier so Beef Jerky. Oder auch hier diese besondere Dose hier von Bud Spencer. Dass die dann doch schon etwas teurer sind. Schätzungsweise würde ich jetzt mal sagen. Der Wert kommt wahrscheinlich hin. Ähm. Ja. Wie gesagt. Der Mix ist ganz ok. Allerdings werde ich jetzt meinem Mann entscheiden lassen. Ob ich dann wirklich nochmal so an sich so eine Box irgendwann nochmal nachbestelle. Oder wir dann vielleicht wenn davon irgendwas ganz ganz toll schmeckt. Dann lieber sagen. Mensch man ruht vielleicht. Keine Ahnung. Wenn jetzt sagen wir mal. Diese Bacon Snacks total super schmecken. Die vielleicht dann einzeln. Wenn man sowieso bestellt. Dann nochmal. Irgendwie einfach mit dazu bestellt. Ja. Ihr könnt ja mal schreiben. Was ihr von der Box haltet. Ob ihr jetzt sagt. So. Mensch. So herzhafte Snacks mag ich auch total gerne. Wäre voll mein Ding. Oder ob das so gar nicht euers wäre. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sind am Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.